ja und damit hallo und herzlich willkommen wieso wollte heute keine ansage machen deswegen mache ich das jetzt ich habe ja noch nicht gedrückt ach so sie hat noch nicht gedrückt so ist es immer also hallihallo und auch hier herzlich willkommen zurück zu kaffee oder simulator mit jeter hintergrund die gerade jetzt musste irgendwas mit wasch ich kann mir das aber da nicht vor wir merken so also ja wir nehmen beide gleichzeit auf auch hier ist sparen wir haben beide Prozent der Plätze interessanter na gut Hälschen Grenzen Prozent und auch noch das sind wir hier noch genug drinnen Prozent und so 13 von 16 Aufträgen haben wir das wir müssen das Dach aufrollen 14 von 16 ich kann schon wieder durchgehen und gucken Geld Geld noch mehr Geld Ach ja der ist sauber ich weiß gar nicht ob man jetzt die Menüpreise ändern könnte oh 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 wir können tatsächlich die Preise erhöhen wenn nicht viel aber auch ein bisschen ein bisschen so bis pizza Margareta sind wir gekommen das heißt wir verdienen eigentlich gerade gar nicht so viel Geld so wie viel Geld wie wir sollten okay das wird ja mal besser bei dir ja ja wir müssen die Preise ja auch an unserem Niveau anpassen so Nuggets 6 Hotdog 6 Döner den Döner kriegen wir jetzt für 8 hier bei uns und jetzt kommt das Sushi die Preise wieder runter gemacht oder was ist los das Sushi war doch schon über 12 weiß ich nicht er sagt nicht der hat die Preise jetzt runter gesetzt kann ich Ihnen nichts zu sagen hier noch um die Dreck ja auf dem weiße für einen Cesar Salat zahlen sie 12 Dollar ganz neu reichen bei dir war nö das nicht so Kartoffelbrei 8 Dollar ja wie hieß es das ist aber sehr Taurus Reson muss sein ja ich muss ja irgendwie meine Mitarbeiter bezahlen können ja bestimmt das Auto so vorne habe ich noch was gesehen so Popcorn kann ich nicht mal Käse Sticks Zwiebelringe Zwiebelringe müssen auf 6 drüber bleiben so okay ein Mühe fehlt noch dann haben wir das Auto fertig auch nicht schon wieder liegt das am Spiel oder ich speichere lieber so ein Mühe oh wir haben die Aufgabe erledigt verkaufen Sie haltbare Produkte Wasser Schokolade und Chips 1 von 38 abgeschossen Auto fertig und wir haben noch keine weitere E-Mail gekriegt okay haben wir gut gemacht 90 also 30 Sterne brauchen wir noch also warte mal 6 6 Aufgaben müssen wir noch erledigen dann können wir uns die bessere holen Karrieremodus der Feuerwehr der Feuerwehrauto das Feuerwehrauto einigen wir jetzt weiter hoch oh her so was sagt der Kaffee hier wir haben zwei Stück die auf 10 runter sind Kaffee Kaffee muss weiter gehen und Käsekuchen haben wir noch genug ja wir haben noch alles genug hier da muss ich nicht auffüllen was sagt ja 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 wir haben immer noch alle fünf Sterne das ist so wie das ist so wie das ist so wie du fotografiert hier sein Essen das verstehe ich beim besten Bild nicht wir haben eine Ratte das ist denke ich nicht so gut es sei denn sie kann kochen ich glaube nicht dass es Remi ist hm schade hab ich sie jetzt nein ratatouille komm her so ja ja ist gut ich weiß ja nie wo die Ratte hinrennen ne ja mal schwierig froh zu sagen so ah ich hab sie ok es tut mir leid für alle Gäste das Rattenproblem ist behoben ich hoffe es hat sie nicht ganz so gestört gut dass die Ratten nur unten brennen und nicht hier oben ja besser ist es wohl ich rede gerade überhaupt nicht noch einfach müde müde wie sau gut meine Arbeiter arbeiten immer noch auffüllen muss ich auffüllen komm esst mehr Chips Chips und Angebot ja an den Preisen kann ich leider nichts machen bei den Chips kann nur unsere Preise jetzt hoch machen oh ok einer hat mitgenommen super nochmal speichern oh ja ich muss auch gleich Makira füttern Raubtiefelung ja und dann muss ich mal kurz gucken ob die Kinderzimmer aufgeräumt sind also Makiras muss ich sowieso aufräumen weil Maxim heute morgen hier war hm ja oh Makira macht Luftübungen oder auch nicht oder auch nicht oh ok danke dass wir uns wert haben und bezahlte Rechnungen Strom wieder da gehen wenigstens noch die Preise spiel ist nicht realistisch genug kann die Strompreise genug bezahlen was ich im wirklichen Leben nicht mehr machen kann kann ich im spiel aber immer noch wie sehr würde ich in diese spiele eintauchen und die wieder rauskommen oh aber irgendwann ist das glaube ich nie mehr lustig es ist auch nicht lustig ne ich mein wie also lass uns das Thema mal ansprechen ne das wir haben ja jetzt die oh nein jetzt ist auch noch der Kühlschrank wir haben gerade unsere Abschluss Abrechnung gekriegt und die haben uns 101% hochgestuft 101% das heißt wir zahlen das Doppelte an das was wir sonst immer gezahlt haben ja und ne mein Mann ist Alleinverdiener und ich kann nicht arbeiten gehen weil ich Kinder habe die Pflege brauchen ja wie soll ich das zum Henker machen mal eben kurz irgendwas klübelt hier durch die Weltgeschichte also ich gebe uns ein paar Monate und dann sind wir mal gekrott wir können jetzt schon nichts mehr mit den Kindern unternehmen weil wir das dass das Geld für Freizeitaktivitäten buchstäblich in Strom und Gas umwandeln müssen und da mit diesen auch wir übernehmen mal eine Rechnung davon ist das ja auch leider Gottes nicht getan ne dann gut dann haben wir einen Monat mal Spaß und Spiel für die Kinder und dann wirbern wir immer wieder über über unser Leben so es geht einfach nicht entweder machen sie die Strompreise oder oder Deutschland sagt von wegen ey komm wir bezahlen eben halt mehr die Gas und Stromrechnungen von den Leuten und das dauerhaft und dann jeden Monat na das kann sich aber Deutschland leider könnte es nicht leisten das ist hier das Problem alles problematisch wieso oh nein mein Internet mein Internet spackt schon wieder ab ich höre dich nicht wundervoll ich kann mich kaum halten vor Begeisterung ach ja super das läuft ja wieder richtig gut heute warum denn auch mal irgendwas vernünftig laufen oder ist sie weg ich bin mir nicht sicher ob sie weg ist oder ich weg bin weil im Moment höre ich nämlich noch gar kein Pling Pling kann auch sein dass sie weg ist der Fernseher drüben ist wieder so laut kann man denn so laut jedes mal Fernseher anmachen wie geht das das bescheuerte ist ich weiß es gerade nicht die Zeit Vermieser hat das gerade eben genommen hehehe das ist supi und ich kann auch leider nicht nachgucken wie viel Zeit vergangen ist weil ich gerade nicht mit Prism aufnehme sondern mit Experience supi dupi läuft naja dann wird diese Folge eben halt ein klein bisschen länger müsste auch mal mitgeben müsste mit leben so ich glaube sowieso nicht ich glaube die meisten gucken gar nicht die Folgen bis zum Ende oder ich glaube das sind immer so 2-3 Minuten und dann ist es auch vorbei glaube ich also das was dann immer YouTube so man da mal sehen kann Alter so dreckig das Auto so 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 da war es die Tane Musik so tja kommt hier nicht einfach wieder oder bin ich jetzt ganz so geraubt oder bin ich jetzt ganz so geraubt raus bin ich rausge- ach ne mein Discord spannt gerade rum ne Mieser ist einfach ne ich bin nicht mehr zu übern ach ja im Gottesnamen na internet abgekackt oder der ganze Computer ne internet erscheint oder Discord ich bin mir nicht so ganz sicher was da jetzt okay am abkacken war äh hast du die Folge schon beendet? äh nö nö wir haben noch 4 Minuten achso ok weil du hattest ja die Zeit ja und ich jetzt ist sie so fuck ja das denke ich mir auch gerade weil ich habe gerade gesehen dass ich einen Fehler gemacht habe verdammte Scheiße achja egal jetzt allerliebs ne ich habe mich immer ich habe mich noch weiter aufgeregt oder so ne und den Leuten gesagt oder so dass ich so einiges ändern muss ne weil unser Abschlag wir hatten letztes Jahr 128 Euro ja und das war schon bedeutend viel und jetzt haben sie uns ja auf 257 Euro hoch gemacht ja überleg mal 129 Euro mehr hm und da spackt mein Spiel ab und ist weg wundervoll Ende im Gelände ich möchte nicht mehr spielen ich bin zu voll die drei Minuten hätte es aber auch noch das Spiel lassen können oder ja das geilste ist ich habe schon wieder nicht gespeichert hm zumindest nicht das ganze ab und zu hast ja gespeichert ja ich mache jetzt auch einfach da weiter ich habe mich aufgehört habe also so so wir machen wir gleich mal weiter hm dann ist auch noch dreckig ja los ja so dann gehen wir jetzt hier eben diese drei Minuten auf noch und dann äh super ja weiß ich gar nicht wie groß sind deine Folgen dann eigentlich immer 20 Minuten so viel mal down ne nicht 20 Minuten sondern äh wenn du die hochlegst bei YouTube welche Größe wie für Gigabyte das weiß ich nicht so genau das ist immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich ja ich meine so durchschnittlich 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 so so zwei drei Gigabyte hm dann brauchst du ja schon fast zwei Stunden hier hochzuladen war nein ne ich weiß nicht wie deine Internetverbindung ist aber ich brauch ein Minimum wenn ich alle Spiele gleichzeitig hochladen würde brauch dann brauche ich wirklich diese zwei drei Stunden ja aber dann auch wirklich ne das sind dann immer 15 Videos ne Moment läuft unsere Internetverbindung ja nicht gut äh hast du schon mal bei deinem äh Anbieter nachgefragt was das sein kann ja die machen ja hier Glasfaserkabel immer noch ja obwohl im Moment können sie ja nichts machen weil ja Bogenfuß und sowas ist ich komm hier nicht hoch ich denk mir doch muss müssen wir also abwarten warum muss dieser scheiß Kühlschrank immer kaputt gehen ich mein wir haben eine 50.000er Leitung ne also eigentlich müsste das wir haben eine 60.000er Leitung eigentlich müsste das ja schnell gehen im Prinzip ja eigentlich aber aber wir sind immer noch bei der Aufgabe da mit Wasser Schokolade und Chips Kauft Leute wir haben erst 2 von 38 das ist nicht so viel ach ja was macht man nicht alles ne gut dass ich vorher alles gespeichert habe sonst hätte ich alles wieder nö nö vergiss es ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht die Leitern alle zusammen ich muss das mal schockern super genau los mach sauber so ganz konzentriert wieder bei der sache hier ok und das war's denn für heute wir sehen uns in der nächsten folge